so und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen folge portal nights ich war in der zwischenzeit zwischenzeit schon minimal fleißig habe schon ein bisschen was gefarmt in dem fall wirklich nur steinziegel blöcke dass wir hier uns munter weiter bebauen können denn ich habe mir gedacht kommt jetzt hier 30 folgen am stück nur ab farben ist natürlich auch nicht so toll für euch zum zugucken beziehungsweise beim zu gucken und dementsprechend habe ich da etwas vorgearbeitet das werden wir jetzt auch hier total in angriff nehmen also wir werden jetzt erst mal so richtig schön zu bauen also erstmal hier natürlich unsere etage weitermachen zumindest im boden einziehen das ist hier extrem vorteil wie ich finde bei portal nights man kann super da wollte ich weg klatschen man kann super die blöcke platzieren ohne dass man da wirklich hinrennen muss und das finde ich sehr sehr cool gemacht kann man hier so schön zack 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 muss gleich nur lücken ausfüllen aber ansonsten ist das schon sehr sehr gut da brauchen fast überhaupt keine hilfe und brauchen uns vor allem nicht in eine gegend war wagen wo wir eventuell runterfallen könnten okay ein paar deplatzierte blöcke bleiben nicht aus aber ich denke mal so ist vielleicht sogar besser wenn wir ein bisschen in die ego perspektive gehen zack 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 ach schön rucki zucki geht das da noch rucki zucki die 600 steine weg die ich gefarmt habe übrigens da hinten den halben ihr seht schon habt das halbe ding auseinander genommen unten sieht es noch schlimmer aus also da gibt es fast überhaupt keine steine mehr aber gut man muss auch opfer bringen das gehört natürlich zu so einem spiel dazu so hier geht es noch weiter machen wir hier mal zu zack 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 so gehen wir hier hin zwei drei vier fünf so bumm hier das loch noch zu machen dann ziehen wir erstmal wieder ein paar wände ein boah meinst du was mach ich denn hier was meinst du denn hier mensch keine ahnung so kommen jetzt aber noch mal kurz weg klatschen den scheiß die fehlplatzierten blöcke brauchen natürlich wieder denn hier wäre noch einige hundert blöcke drauf gehen bei dem haus wobei ich aber schon überlege dass eventuell später noch mal umzubauen also da werden wir dann auch andere blöcke nutzen ich weiß ja noch nicht was es alles gibt in dem spiel hier an blöcken also müssen wir natürlich erst mal abwarten bis wir da so ein bisschen was noch schnell deplatziert bevor wir hier oder bis wir was gescheites gefunden haben oder wo ich sage okay das könnte was wären das könnte zum häuschen passen das ist ein stein der zum wohlfühlen einlädt so okay habe ich eine fackel dabei oder so hat tatsächlich eine fackel dann haue ich die mal ganz kurz rein ups das war mein heilskill ja komm hier marmor block brauche ich gerade nicht setzen wir erstmal ganz kurz die fackel dahin so ist schon mal ein bisschen heller naja gut minimal egal 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 so warte mal jetzt müssen wir hier jetzt hätte ich mal ganz kurz die grundmauern beziehungsweise die seiten steckt die seiten ab so zack ich könnte eigentlich mal wieder die holzschleider hinsetzen danke nochmal für den tipp da meinte jemand ich solle doch was achso ich solle doch mit dem barbaren bzw mit dem krieger ich sage immer barbar ich weiß auch nicht warum ich soll doch mit dem krieger ein bogen nehmen der wäre sehr op muss ich echt mal testen habe ich bisher noch nicht gemacht kommt zu mir kommt zu mir habe ich komm zu mir will nicht ok hallo nein ok können sie jetzt herkommen kommen wir ab level 1 ich bitte dich ich bitte dich geht mir gibt ok muss man ganz kurz hoch latschen so zack ich nehme auch noch mit so ok jetzt wieder hoch dich machen wir noch schnell kaputt so genau explodieren mal vor freude da gehe ich jetzt nicht hin das dauert mir zu lang sag ich mache die tür wieder zu und dich da hier auf einem boah alter das sieht schon mal sehr sehr nice aus das muss man ganz klar sagen das sieht schon mal sehr sehr nice aus so ok jetzt setze ich mich oder stelle mich einfach mal hier hin und ziehe dann von seite zu seite die mauer weiter habe ich einen vergessen so da geht es weiter auch einen vergessen wäre es halt ein bisschen schwer einschätzen jetzt können wir es umsetzen ich wollte gerade sagen das ist nicht das problem aber anscheinend es ist doch ein problem so zack da reingesetzt dann geht es hier weiter zack oh oh ein durchgang perfekt gemeistert super jetzt hier noch weiter zack ein deplatziert einen brauchen wir eh noch also kann ich stehen lassen und es wird langsam wieder zack super die monster die spawnen die bösen bösen monster das ist natürlich super so ups ach so steine wieder alle meine güte also ihr seht ihr gehen ruckzuck weg also ich glaube hier für die etage reicht es vielleicht noch aber dann wird es schon wieder sehr sehr eng so 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 zack dann hier nochmal weiter geklatscht bumms aus die maus zack dann haben wir schon fast die zweite reihe durchgezogen zack und ich werde auch da wie in der unteren ebene wahrscheinlich vier blöcke hochziehen ich fand das ganz gut von der höhe ist das eigentlich optimal ich gehe nochmal ganz kurz gucken es waren vier glaube ne eins zwei drei vier genau vier und das ist optimal das sieht gut aus aber es ist noch sehr sehr finster hier sehr dunkel obwohl es draußen hell ist also entweder fehlen hier noch fenster oder einfach ein paar fackeln ähm ist natürlich schwierig umzusetzen hier kommt noch ein fenster hin habe ich da noch eins da ich habe tatsächlich noch welche da machen wir das mal ganz kurz ähm ja ja okay warte äh bapapapapa setzen wir hier mit hin ne ne so zack ist das die richtige höhe ist die richtige höhe dann setzen wir das einmal ein bumms hier nochmal gegenüber ganz kurz gucken äh auf diesem block auf dieser höhe und das wäre hier also müsste ich hier ungefähr ansetzen ne ein bisschen hoch so passt oder reinsetzen ist das jetzt gegenüber da ist der rahmen da ist der rahmen ja das ist genau gegenüber super wunderhübsch okay bringt auch nicht so viel Licht wie ich erdacht oder äh wie ich gedacht habe aber naja gut okay was willst du machen so nächstes deck jetzt muss ich aufpassen sonst komm ich hier nicht hoch so man wird das ein schönes Haus wird das ein schönes Haus ist natürlich nicht notwendig aber äh ist natürlich immer schön wie ich finde wenn man sowas einfach auch macht in so einem Game in so einem Spiel sollte man auf jeden Fall schon die Möglichkeiten nutzen die man hat die einem geboten werden und da gehört natürlich das Crafting das äh Bauen das Building mit dazu und das machen wir natürlich auch also mir macht das echt Spaß und äh ich hoffe euch natürlich auch wie sind unsere Träume hier verwirklichen von einem super wunderhübschen Haus so hier geht es weiter äh machen wir einfach mal da zack so dann geht es da weiter ach das klappt super ne es klappt wirklich super hätte ich nicht gedacht das ist wunderhübsch so dann kommt es hier einmal da hin da mache ich zu dann geht es da weiter hat es ja bei 5, 6, 7, 8, 9, 10 keine Ahnung wie wie groß der Grundriss hier ist aber auf jeden Fall eigentlich definitiv zu groß für unser Single House hier aber ne so ist das ne so ist das ich mag es halt pompös so sind schon 4 ne das sind schon 4 dann können wir jetzt erstmal die Treppe machen ähm die ging hier hoch dann setze ich die andere hier hin mache ich so wie auch gerade zack 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 dann brauche ich hier wieder die Marmorblöcke so 1, 2, 3, 4 und hier wieder einen daneben so und dann haben wir eine schön umrandete Treppe ach ist das schön ist das schön man kann hier wieder zugemacht werden ach so warte mal ich muss natürlich ich hatte hier 4 nach oben und dann die 5. war die nächste Decke ne 3, 4 5 sogar 1, 2, 3, 4 ne 4 4, 4, 4 passt ok 4 passt das heißt es muss hier noch eine Ebene drauf 1, 2, 3, 4 und die 5. ist dann in dem Fall ups das wollte ich nicht so so sollte das passen ich glaube ich muss die Treppe noch einen rausziehen oder ich glaube ich habe die einen zu früh gesetzt muss gleich mal gucken soll natürlich gut aussehen ist ja keine Bruchbude hier ne ist ja nicht von Handwerkern gemacht kein Fusch am Bau verdammte Scheiße kein Fusch am Bau so zack zack dann hier noch einmal kompletieren und dann ist das schon fertig zumindest die zweite Etage ist dann fertig wie viele Etagen machen wir ich habe überhaupt keine Ahnung es werden aber auf jeden Fall ein paar mehr werden eigentlich sehe ich schon ich habe die falsch gesetzt scheiße ok muss ich nochmal wegreißen ähm ich muss nämlich dort anfangen ja aber gut ist nicht so schlimm geht der schnell so zack oh ist alle beziehungsweise aufgebraucht mal ganz kurz rappen so dann geht das ja relativ schnell vor der Hand ok dann wäre oh mein Gott ich habe ein Loch so ok pass auf jetzt nochmal von vorn also da muss einer hin 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 haben wir achso warte mal das ist ja der Boden das heißt so wie habe ich das denn hier gemacht wie viel äh das schließt mit der Decke ab ok dann passt das zack so genau dann schließt das hier ab dann war das so wie viele Blöcke sind wir nach draußen gegangen muss ich mal gucken weil ich glaube es wäre schöner wenn wir hier so noch eine also noch eine offenere Treppe haben weißt du was ich meine so dass sie wirklich komplett über der Treppe offen ist warte mal ich muss mal gucken geht das noch rein nee so so ist ok ne so passt das ja so super dann machen wir das hier nämlich auch so zack rein so der ist dann glaube ich falsch muss der nochmal weg so und dann ähm ba 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 war das jetzt der Bohnen ich muss nochmal gucken zwei vier ja und dann ist das hier der Boden das heißt das hier muss hier zu aber das ist doch richtig gerade machen wir das nochmal ganz kurz zwei drei ein noch so und dann wird hier zugemacht ne noch ein so ok so wird ein Schuh draus so sieht das auch gut aus dann können wir gleich noch Fenster einsetzen habe ich da noch welche äh ne alle weg das heißt wir müssen erst wieder irgendwo Fenster knüppeln können wir natürlich auch craften zur Not aber meine äh wir müssen eh wieder erkundschaften das heißt wir sollten da natürlich dann drauf achten dass wir irgendwo noch äh Häuser abbauen einfach mal die Buden wegreißen von den Ureinwohnern oder so da gab es ja letztes eine nette Map dementsprechend ist das da vielleicht gar nicht so verkehrt so zack aber hier müssen wir jetzt erstmal den Boden zumachen sehe ich gerade so zwei so ok da nochmal da sind unsere Blöcke auch schon wieder fast alle ja also ich glaube für den Boden reichen sie noch nicht mal oder doch könnte reichen könnte tatsächlich reichen ich will es nicht äh wagen das anzuzweifeln aber es könnte tatsächlich reichen so 78 haben wir noch 68 so ungefähr 9 oder 10 Blöcke dafür also 9 wenn ich nicht immer den falschen daneben setze so ok 50 ah ne das ist das ist zu wenig das sehe ich schon das sehe ich zack 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 so dann bauen wir die nochmal ab ja und wie gesagt also ich weiß noch gar nicht wie hoch das Gebäude wird ähm ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht was wir noch alles craften können also an äh Sachen die wir benötigen an Inventar an Möbeljahr vor allem also da das recht errichtet sich ein bisschen danach bringt da nichts wenn ich jetzt hier 50 Etagen drauf setze und im Endeffekt nur zwei davon bebauen kann äh weil einfach nichts mehr da ist weißt du so jetzt noch Fenster rein knüppeln pass auf das machen wir mit der Hacke ähm ja wo ist denn hier die Mitte vom Raum ich würde mal sagen hier so ungefähr ne setzen wir einfach zack 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 so das gleiche dann auch hier nochmal ähm so jetzt einmal umdrehen und hier okay dann dasselbe auch nochmal hier nehmen wir hier direkt neben der Treppe so hier auch nochmal ähm so jetzt stehe ich genau da das ist genau an der Treppe vielleicht gibt es da später noch größere Fenster oder Glasplatten weißt du irgendwie so irgendwas in die Richtung dass man wirklich nochmal ein bisschen gucken kann dass man da vielleicht was Schönes macht so den können wir nachher hoch oder den setze ich jetzt direkt hoch weg damit weg damit ihr kommt auch mit gib mir den Scheiß so okay super gehen wir kurz hoch dann kommt der Tisch da rein ähm so ja jetzt die Frage wo stellt man den hin in der Mitte vom Raum oder ähm hm 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 Kuh ist drin du olle Kuh warte mal ich setze mir vielleicht einfach hier vor und mache das Fenster wieder zu das ist doch eine Möglichkeit warte mal zack zack so jetzt habe ich so eine kleine Idee so einen kleinen Gedankengang gucken ob das passt ob man das so machen kann hohohoho sieht das nicht episch aus das kann man auf jeden Fall so lassen so die Fackel nehmen wir mit die können wir gleich eventuell gebrauchen und dann gehen wir mal ganz kurz unten zur Truhe boah ist hier finster ey hier ist echt finster richtig übel finster ist hier ich sehe nicht mal die Truhen Himmelarschensphären okay da sind nur Saplings drin hier sind ein paar Sachen drin warte mal da können wir vielleicht hier na zack genau das könnte uns ja das ist okay hier haben wir noch Wasser für den Trangle oder sowas hier haben wir noch Baumaterialien die Bautruhe hatte ich hier genau äh pass auf dann kommt das hier mit rein einfach Marmorblock Ziegelsteinblock Basaltstein Erdblock Wasserspeier den Rest brauchen wir glaube ich ein Ei haben wir hier noch ein bisschen Knochen ein Prügel 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 das ist natürlich auch nicht verkehrt hier war noch ein bisschen Zeug was war das Rezept für kupferne Prügel okay ich weiß nur nicht wie ich das verwende müssen wir mal abwarten noch ein bisschen Baumwolle Feuergeist ja gut äh hab ich noch irgendwo ne 1 2 3 okay die Truhen sind die die ich auch habe äh nehmen wir noch die mittlere packer jetzt einfach die Knochen mit rein so ist das Ei so haben wir wieder Platz und dann würde ich sagen begeben wir uns mal zur nächsten Welt gucken wir mal was da auf uns wartet wo sind wir stehen geblieben beim Boss ne ach ne gar nicht hier beim Dschungel beim Dschungel sind wir stehen geblieben und hier können wir noch nicht weiter aber hier müssen wir weiter aber hier haben wir auch noch eine Welt die wir noch nicht entdeckt haben was gibt es denn hier schönes Alabasterpilz Weizenfeld Kupfererz Rohrgrüners okay ne komm wir gehen erstmal hier weiter die können wir später noch erkunden dann reißen wir jetzt hier ja oder ja oder ah pass auf dann nehme ich mir aber noch mal ganz schnell ein paar Steine mit äh ein paar grüne gelbe so gelb ähm zack und zack fürs Portal brauchen wir die natürlich und dann wird es leucht oh sie wird schon düster wieder wird schon wieder Nacht so und reisen bum 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 und dann gehen wir mal dahin wupp so hier haben wir ein paar Anandasbulbe so würde ich es einfach mal nennen kurz meine Dinger schärfen so den kann ich einfach mal ganz schnell hier raussetzen ja dann setze ich mir den Knüppel dahin der ist effektiver okay ich glaube das reicht schon los Zwille gib ihm Sauges oh 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 er kommt er kommt er kommt du kleines dreckiges so jetzt kriegst du es aber jetzt kriegst du es von mir richtig dreckig der ach der Zauber zu böse ne ich weiß ich weiß okay wir haben ihn noch erledigt aber irgendwo ist doch der Pilz geplatzt oder hier dieser ach ne da ist er der Slime boah also gegen den machen wir richtig fetten Schaden hier das ist sehr sehr gut der schafft es nicht immer zu uns so fett ist unser Schaden so habt ihr hier zufällig ein Fenster da drin sieht nicht so aus na super ich laufe mal kurz rum vielleicht ist da was Neues gespawnt ne ist alles so geblieben aber hier ist was lass mal gucken so was haben wir denn hier schickes machen kurz Ego Perspektive rein ein Zaubertrank hier so ein Gefäß klopfen wir alles mit kaputt fallen vielleicht noch lustige Sachen raus ich sollte mal ganz kurz äh mein Feuer in die Hand nehmen kann ich damit auch zuschlagen Tatsache oh ne da setze ich die nur aber ist natürlich auch okay bringt uns kurzzeitig Licht so was war das für Stein hier ist das Basalt ja Basalt nice nehmen wir natürlich mit Basalt damit wirst du alt bis es knallt das ist Erde ne auch Basalt okay ich muss mal ganz kurz die Fackel in die Hand nehmen ist alles Basalt hier okay nice jetzt ist es aber relativ Wumpe wir holen uns das später jetzt gehen wir mal ganz kurz Erdblock in die Hand nehmen und dann gehen wir hier wieder hoch zack 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 okay dann sind wir schon wieder draußen und dann gucken wir mal wo war das Portal finde ich das war meiner Meinung nach schon relativ offensichtlich oh warte mal hier ist auch noch was ja kurz Schleifstellen benutzen so okay Basalt Basalt da wirst du nicht alt was haben wir hier nichts besonderes oh hier geht es tief ab ich mach wieder die andere Perspektive rein dass wir mehr sehen und dann gucken wir mal ob wir was schönes finden ein Portal da sind ein paar Früchte du bist aber ein Früchtchen so pass auf kommen wir hier hoch ja hier kommen wir hoch super hier kommen wir bestimmt auch hoch so warte mal hier grabe ich mir einfach den Weg rein äh so reingesprungen komm reingesprungen reingesprungen warte reingesprungen mal an mal mal ah ah so das noch weglatschen das noch weg na jetzt warte so okay da oben war wahrscheinlich überhaupt nicht hier war ich wahrscheinlich in der letzten Folge schon weil ich es so toll fand weil es einfach hier oben ist weißt du aber gut sehen wir denn vielleicht irgendwas wie sie sehen sehen sie nichts das ist natürlich super ups da reingefallen oder ist das wo wir gerade waren ne hier waren wir noch nicht drin wow 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 alter hörst du auf bist du denn total bescheuert Junge so nicht mit mir gibt es ja auch einen Weg nach unten ne sieht nicht so aus okay so gucken wir mal hier weiter aber hier geht es auch nicht weiter mysteriös mysteriös ich würde sagen in der nächsten Folge gucken wir mal wo es oh Gott wo es hier weiter geht bis gleich gucke 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 b gucke